Na Leute, was geht denn damit? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft, die heute auch im Kanal mit mir, dem Herrn Sofort. Und zwar schon heute einfach mal wieder eine kleine Runde Bad Horse auf dem Robinson.TV-Server. Und eine tolle neue Nachricht, ich bin entbannt vom Revue. Und das habe ich jetzt einfach was zu ganz. Und wie ihr vielleicht auch schon erkennen könnt, ich zwar ein bisschen weniger FPS, das hat mich jetzt auch nicht wirklich so unglaublich stört. Aber ihr habt ja die 60 FPS. Es sind viel, das ist schon viel, ihr habt zwar nicht so eine hohe Qualität, aber da habt ihr 60 FPS und das ist wohl die Hauptsache. Ich hoffe, ich hoffe mal, dass ihr die meisten Hauptsache ist. Spring. 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 Junge. Die gutecapezenie der Anste второй Summer. Der essen Foreveros. iec 9 einen einen? Ja nummer. Ich muss nur noch schauen, ob der Codierung angest, Vamos tweable. Nein, ist zurzeit nicht, also brauchen Sie von Ziv podcasten. Und daher geht es so nicht ganz gut klar. Hasnmal schauen. Ohr, Junge, halt ich farm jetzt. Komm. jetzt fliegt er jetzt fliegst du ja natürlich doch er so heftig ist ja gut dann gehen wir halt in die nächste Runde und zwar gehen wir schon hier oh Leute viel Leute platz auf die Runde muss ich noch nehmen tut mir leid es sind denn bis jetzt nur 2 Minuten von daher es leckt zwar ein bisschen aber ähm es leckt bei mir ich weiß nicht ob es bei euch leckt ich glaube nicht ich würde ich zumindest weil wenn ich 10 FPS sollte es eigentlich bei euch nicht so viel legen ich könnte natürlich der Aufnahme auch 100 FPS oder was weiß ich zuschreiben aber wenn ich 100 FPS der Aufnahme zuschreibe habe ich vielleicht 10 FPS in game und wenigstens habe ich jetzt so wenn ich noch genau 160 das reicht zumindest schon mal zu spielen das ist okay ähm naja auf jeden Fall gehen wir dann auch schon in die nächste Runde CPS 404 XD XD haha woher so so man spielt auch schon eine zweite Runde und dann werde ich mal schauen so hier vielleicht auch gesehen habe ich mir selbst gemacht jetzt auch zu mir dann hast du richtig aus wenn ich mal wieder schöne tage ja jetzt bitte einer jetzt schön abgezogen dann habe ich mich jetzt eine bessere chance was ja tot bist du ja also ich so heftig ich habe ihn ja auch noch bekommen ich glaube ich habe einen kompletten komplex sowas kommt von ich musste jetzt richtig der halt echt mein bett bekommen können auch mal sowas von wenn er sich ein bisschen mehr angestrengt ich hasse ihn junge nervensäge lila lebt auch noch und ich habe stress mit zwei teams fast wenn der ist ein mein gott weiter zu mir kommt dann es kann nicht sein es kann einfach nicht sein jetzt fall ich auch noch runter also perfekt ja okay gut das war's das war's das war's da konnte ich jetzt nicht viel aber auf jeden fall es war es von dieser folge mein kopf wenn ihr noch mehr wird solchen 60 fbs aufnahmen sehen und schreibt unten in die kommentare und lasst ein like unten kommentare bis dann auch noch ein und tschüss